Willkommen beim GWriters Videoblog. Neben dem akademischen Ghostwriting bietet GWriters auch noch diverse andere Leistungen an. Eine Leistung davon ist das Coaching, was wir uns heute auch einmal angucken möchten. Am Anfang des ganzen Coaching-Prozesses steht natürlich eure Anfrage. Ihr formuliert uns euer Anliegen und formuliert, wobei ihr eigentlich Hilfe braucht. Wir wenden uns mit eurer Anfrage anonymisiert natürlich an unsere akademische Cloud von mittlerweile im deutschsprachigen Bereich über 2000 akademischen Freelancern, von denen wir auch die passende Person für euch als Coach aussuchen. Wenn wir dann sagen, wir haben für euch den passenden Coach gefunden, gibt es eine initiale Telefonkonferenz. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit erstmal mit eurem Coach zu sprechen. Das ist bis dahin auch alles vollkommen unverbindlich. Also das heißt, ihr müsst euch auf nichts festlegen, sondern sollt erstmal ein Gefühl dafür kriegen, kann mir diese Person helfen bei dem Problem, was ich habe? Komme ich gut mit dieser Person klar? Denn schließlich geht es um eine Zusammenarbeit, die da entstehen soll. Wenn ihr miteinander gesprochen habt in einer Telefonkonferenz, die von uns eingeleitet wurde, sprich auch ihr braucht keine Telefonnummer rausgeben, keinen Namen, kein gar nichts. Wenn ihr dann sagt, okay, das passt alles und ich habe jetzt meinen Coach gefunden und den richtigen Ansprechpartner. Dann geht es weiter. Ihr wählt euer Stundenpaket. Das kann variieren von 5 bis 15 Stunden. Ihr werdet dann gemeinsam mit dem Coach einmal eine Schätzung machen, wie lange das ungefähr dauern wird, bis euer konkretes Problem gelöst ist. Dabei kostet eine Stunde ungefähr 80 Euro in der Regel. Und sobald ihr dieses Paket gewählt habt und euch entschlossen habt, startet ihr in den eigentlichen Coaching-Prozess. Die Kommunikation dabei verläuft gerade bei weiten Entfernungen über Skype, E-Mail oder per Telefon. Ihr bestimmt dabei selber, wie viele Daten ihr preisgeben wollt. Das Ganze wird auch von G-Writers kontrolliert und gesteuert und auch auf die Qualität hin geprüft. Wenn ihr einen Coach habt, der relativ nah dran ist, das heißt 20, 30 Kilometer, vielleicht 100 Kilometer ist noch verschmerzbar, könnt ihr euch auch persönlich treffen. Wichtig dabei im Hinterkopf zu behalten ist, dass unsere freiberuflichen Akademiker über die komplette Dachregion verteilt sitzen, was bedeuten kann, dass euer Coach, also die Person, die zu euch passt, sehr sehr weit entfernt ist, vielleicht 200, 300, 400 Kilometer und sich dann die Anfahrt nicht lohnt. Denn wir setzen natürlich den Fokus nicht darauf, dass ihr irgendeinen Coach aus eurer Umgebung bekommt, sondern einen Coach, der auch fachspezifisch zu euch passt. Ihr wollt schließlich ein Problem lösen. Wenn dann alles geklappt hat, bekommt ihr am Ende eben die Lösung für euer Problem. In der Regel ist es zum Beispiel Starthilfe bei der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit. Es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, okay, ich habe nur einen Teilabschnitt, ich befinde mich gerade in meiner eigenen Schreibphase und ich habe einen Teilabschnitt, wo ich so ein bisschen hakele, wo ich ein bisschen Probleme habe und Unterstützung brauche und euch dafür einen Coach holen. Oder zu einem speziellen Themengebiet, wo ihr eine kleine Einführung braucht, bleibt ganz euch überlassen. Hauptsache ist, am Ende habt ihr mit dem richtigen Coach die richtige Lösung für euer Problem gefunden. Vielen Dank.